Wer du Jan heißt? Jan hast du gleich meine Gurt. Er ist nicht da. Jans Ziele? Was wohl seine Ziele? Ich möchte Brian sein Po kneten. Ich möchte mein Ding in seine Nasenlöcher reinstecken. Ich möchte seine Brusthaare verlaschen. Jan, was sind das für Ziele? Warum hast du so viele Toastbrüste?